So, herzlich willkommen zur dritten Budgetbesprechung in diesem Monat. Es ist der 31. März und es geht so langsam auf das Ende des Monats zu. Und wer den Thumbnail genauer beobachtet hat, hat gesehen, meine Zahl hat sich schon wieder geändert. Ich bin in einen Überschuss gekommen, nachdem ich letzte Woche mit euch zusammen mein Budget auf Null gebracht habe. Das liegt daran, dass ich, nachdem ich jetzt am Dienstag das Video über meine neue Investitionsstrategie gedreht habe, mir wieder eingefallen ist, es gibt da ja die Website Divi Diary. Divi Diary ist ein Online-Portal, was eine kostenlose und eine kostenpflichtige Variante hat, wo man seine Wertpapiere eingeben kann und die informieren einen dann immer darüber, dass und wann Dividenden kommen. Da habe ich nochmal mein Portfolio auf den aktuellen Stand gebracht und Divi Diary hat mir dann auch sofort gesagt, dass ich noch diesen Monat, was waren es, 2,13 Euro Dividende zu erwarten habe. Das ist die Dividende ausschließlich aus meinen Aktien. Lillys Dividende, die auch kommt Ende März, geht ja quasi in ihr Taschengeld und sie bekommt davon jeweils 10 Cent, wenn sie mit mir zusammen aufgeräumt hat und kann sich dann jeden Kram kaufen, den ich ihr nicht kaufen würde. Zum Beispiel Süßigkeiten oder Schnickschnack-Kram bei Teddy, der nur aus Plastik ist und aus China importiert und solche Sachen. Sie findet das dann aber toll. In der Regel schafft sie es aber nicht, sich ihre Dividenden komplett zu verdienen, weil für sie sehr oft reizvoller ist, nicht aufzuräumen als 10 Cent zu kriegen, weil diese Kausalketten noch nicht so richtig funktionieren in ihrem Kopf. Ich habe es mir jetzt heute, beziehungsweise jetzt so überlegt, dass ich tatsächlich ihr Geld wirklich auf die hohe Kante legen möchte. Diese 6 Euro, was kriegt sie, 6 Euro irgendwas, kriegt sie für die nächsten 3 Monate in Dividende. Sie hat auch schon mal 9 Euro bekommen, daher kam diese Berechnung von 10 Cent am Tag für Aufräumen. Aber sie räumt nicht jeden Tag auf, selbst wenn wäre das keine Katastrophe. Jedenfalls ist jetzt der Plan, ihre Dividende da quasi auch die nächsten 3 Monate hinzulegen und wenn sie nicht genug aufgeräumt hat, die Dividende zu reinvestieren. Dann hat sie zwar immer noch später einen Benefit davon, aber naja, schlussendlich will ich ihr natürlich so auch beibringen, dass es für sie auch Sinn macht, wenn sie jetzt Geld investieren würde für später, dass sie dann später auch eine höhere Dividende kriegen würde oder so. Mal gucken, also das ist auf jeden Fall mein Plan, Taschengeld, ihre Dividende soll Taschengeld sein, aber sie soll dafür auch noch ein paar Sachen machen, also mir im Haushalt helfen und sich diese Dividende dann auch verdienen, weil sie auch lernen muss, dass man das Geld nicht wie Luft überall verfügbar ist, sondern man in der Regel was dafür tun muss. Und manchmal auch Sachen, die einem nicht unbedingt Spaß machen. Naja, ja. So, und wenn wir dann darüber nachdenken, dass so langsam der Monat zu Ende geht, denn das passiert, muss ich ja auch schon wieder überlegen, was passiert nächsten Monat. Und mein Kassensturz ist immer am 23., das ist schon in zwei Tagen und mir fehlen aktuell noch 223 Euro an meinem Verdienstziel. Ich will 2100 Euro umsetzen und da bin ich noch nicht. Es fehlen 223 Euro und ich weiß nicht wieso, denn aktuell verkaufe ich den Blutdrucksenken-Kurs mit fast 50% Rabatt statt 97 Euro für nur 49 Euro. Und das ist das zweite Mal, dass ich den rabattiert verkaufe, seit dem ersten Launch. Und der Launch lief auch schon beschissen und ich weiß nicht wieso, weil wahnsinnig viele Leute Bluthochdruck haben. Also warum kauft keiner den Kurs? Cholesterin lief gut, Diabetes lief gut, warum läuft Blutdruck nicht? Ob ich irgendwas auf der Website falsch gemacht habe oder ob die Leute das einfach nicht wollen. Also falls ihr mir noch ein bisschen Geld in die Kasse spülen wollt, könnt ihr das tun. Die gibt es noch bis Sonntag rabattiert, also bis zum 24., aber Kassensturz ist am 23. unter www.silke-rosenbusch.de slash Bluthochdruck. 49 Euro für einen Kurs, wie man alleine mit Ernährung seinen Blutdruck senken kann. Ja, jedenfalls, wenn ich meine Ziele nicht erreiche, dann habe ich nächsten Monat ein größeres Defizit. Logischerweise, denn ich zahle mir ja selber mein Gehalt aus. Und dann macht es Sinn, alles was ich diesen Monat, lange Rede, kurzer Sinn, was ich diesen Monat vielleicht nicht ausgeben muss, mit in den nächsten Monat zu schleppen. Es wäre inspirierender und motivierender, es investieren zu können, aber in Anbetracht dessen, dass ich meine finanziellen Ziele noch nicht erreicht habe, meine, also meine Business-Ziele, meine Unternehmensziele, ist die sichere Variante vielleicht, das überschüssige Geld aus diesem Monat mit in den Februar zu nehmen, äh, in den April zu nehmen. Entschuldigung. So, das sind meine Überlegungen zum jetzigen Zeitpunkt, aber abschließend kann ich die wirklich erst machen, nach dem 23. beziehungsweise dann nochmal wirklich zum Ende des Monats hin, wenn ich ein Monatsbudget erstellen werde. So viel dazu als vorherige Überlegung und jetzt gehen wir in mein Budget, was da in der letzten Woche passiert ist. Ich gehe jetzt in meinem Budget und während ich gerade überflogen habe, was an neue Einnahmen gekommen sind, habe ich festgestellt, ich habe einen katastrophalen Fehler gemacht. Aber dazu kommen wir gleich. Okay, es ist, ähm, wie gesagt, die Dividende ist gekommen, nein, ist nicht gekommen, ist angekündigt worden. 75 Cent sind schon gekommen, äh, 2,13 Euro ist angekündigt worden in Divi Diary für mich, nicht für Lilly. Und, ähm, das konnte ich halt jetzt einplanen, deswegen ist da jetzt 2,13 Euro zu viel. Gleichzeitig ist gekommen das Kindergeld um den 15. rum, 250 Euro und ich war bei der Plasma-Spende für 29 Euro. Und da ist mir jetzt der katastrophale Fehler aufgefallen. Ich habe keine Ahnung, warum ich 145 Euro budgetiert habe, aber ich gedacht habe, da sind, sind fünf, da sind fünf, ähm, Tage, an denen ich spenden kann. Das ist leider, leider falsch. Das ist richtig. Und jetzt bin ich im Minus. Und da sind alle meine Träume, weder vom rüberziehen im nächsten Monat oder investieren, wahrscheinlich geplatzt. Okay. Also ja, das ist, sind die Einnahmen, mit denen ich jetzt noch rechnen kann. Irgendwas Unverhofftes wird da wohl nicht mehr auftauchen. Daher gehen wir mal davon aus, dass es bei dieser Summe 1.714 Euro bleiben wird. Ähm, in den Savings gab es nichts Neues, aber es gab was Neues in Drogerie. Das ist alles unwichtig. Unwichtig, wobei wir nachher nochmal hochgehen. In Drogerie. Denn vom Drogerie-Fund habe ich, das werdet ihr jetzt am Samstag sehen, ein Ladekabel und eine Spardose gekauft. Ich wusste nicht, wo ich es sonst reinstecken sollte. Haushalts-Fund ist leer. Drogerie war gerade voll, weil eine sehr nette Freundin von mir mir unglaublich viele Windeln geschenkt hat, von ihrer Tochter, die eine Nummer größer trägt als Lilly. Ähm, und die ausschließlich Pampers verwendet. Und ich verwende ja alles, was billig ist. Und sie hat mir mehrere Aldi und ich glaube auch DM-Windeln geschenkt, sodass ich für Windeln wenig ausgeben muss. Und deswegen war im Drogerie-Fund noch reichlich drin. Deswegen habe ich das einfach mal daher genommen. Aber ich wollte nochmal zurück hier zum Drüber. Denn ich habe ja den Babysitter nicht verwendet, ne? Und das wäre eine Möglichkeit, jetzt hier einfach, also ich werde wahrscheinlich, nicht wahrscheinlich, ich werde keinen Babysitter mehr nutzen müssen, jetzt im März. Und in Anbetracht dessen, dass ich mir da gerade ein Ei gelegt habe mit der Plasmaspende, lösche ich Babysitter einfach mal raus und stehe dann da. Nämlich wieder in einem Plus. Okay. Das dazu. Und dann, genau, waren wir bei der Drogerie. Darüber hinaus habe ich auch noch Klamotten gekauft. Ich habe gut überlegt, was ich kaufen muss. Ihr habt letztens schon gesehen, den Schlafanzug für Lilly, den ich gekauft habe bei Vinted. Und dann brauchte ich auch noch eine Sommerjacke für mich, da ich meine, jetzt am Sommerende letztes Jahr in den Müll geschmissen habe, weil die kaputt war. Die habe ich auch bei Vinted gekauft. Und noch eine Sache. Ach ja, Lillys Schuhe. Genau. Und als ich die Schuhe gekauft habe, war das Geld von Vinted noch nicht abgebucht. Und ich habe nicht gecheckt, dass es noch später abgebucht wird. Das Problem bei Vinted ist leider sehr oft, dass die Leute dann binnen einer Woche das Zeug nicht rausschicken, das Geld aber trotzdem schon abgebucht wurde, Vinted dann den ganzen Kram rückgängig macht, storniert und das Geld wieder drauf gebucht wurde. Und total oft wusste ich schon nicht mehr, ob ich das jetzt wirklich gekauft habe oder ob das jetzt falsch war. Jedenfalls habe ich mir hier fest vorgenommen, wirklich erst Klamotten in meinem Budget zu buchen, wenn der Verkäufer das auch nicht storniert hat. Also ich schwöre, 50% der Leute bei Vinted stornieren dann wieder das, was ich gekauft habe. Ja, deswegen bin ich jetzt, eine lange Rede, kurzer Sinn wieder, deswegen bin ich jetzt hier im Minus. Aber es ist ein Pfand und es geht dann im nächsten Monat. Und damit kann ich umgehen. Dann kommen wir, genau, Jacke, Schuhe. Ich habe dann auch noch eine Schaufel, genau das Schaufelset für Lilly gekauft, letzten Monat. Deswegen ist mein Haushalt, nicht letzten Monat, letzte Woche, deswegen ist mein Haushaltspfand auch in den Miesen. Ich bin gerade hier überhaupt kein gutes Budgetierungsvorbild, sehe ich gerade. Ja, und dann hat auch noch die Stadt abgebucht meinen Elternbeitrag für die Kinderbetreuung. Ich freue mich mega darauf, dass Lilly bald drei wird, dann wird die Kinderbetreuung nämlich billiger, nur noch 17 Euro oder so. Voll cool. Und wenn sie dann auch noch in den Kindergarten geht, ab September ist die Kinderbetreuung, die kosten 21 Euro, glaube ich, oder 19 Euro für 35 Stunden, während ich jetzt für 25 Stunden, die ich auch nur viel weniger nutzen kann, 55 Euro zahle. Das ist krass, oder? Kinderbetreuung für unter Dreijährige. Ja, und dann war eigentlich nur noch die Krankenkasse fällig. Hier auch zum 15. natürlich zahle ich dann die Krankenkasse plus Rate, plus Rate, das mache ich in einem Satz, 250 Euro hier, das ist diese AOK-Rate, 20 Euro, die ich bezahlt habe. Die Eltern- und Elternrate kommt noch und das waren dann die 250,95 Euro. So, und jetzt stehen wir hier mit 9,13 Euro mehr. Was machen wir damit? Mit den iPad-Fund ausgleichen? Wahrscheinlich, ne? Machen wir das. Ist am leichtesten zu rechnen jetzt hier. So. Dann haben wir hier wieder ein Every-Dollar-Budget. Ich habe immer noch Miese, die ich hier rumschleppe und ich habe kein Geld, was ich für mich in den nächsten Monaten nehmen kann. Also bitte kauf meinen Blutdrucksenken-Kurs. So, und dann steht man da, wo man immer steht am Ende eines Budgets. Oh Mann. Ja. Wohin immer mit dem Geld? Ich war mal da. Ich war mal da, dass ich konkret ausrechnen konnte vor drei Monaten im Voraus, dass ich dann in drei Monaten das und das investieren kann. Und jetzt bin ich aufgrund dieser ganzen Überlegung des Wiederanfangs mit dem Investieren so heiß auf Investieren und kann, habe eigentlich noch nicht das Potenzial, es wirklich so zu tun, wie ich es gerne möchte. Und es nervt mich. Und es ist wirklich, es ist wirklich, wirklich klüger, erst mal Defizite auszugleichen, so, oder Geld für den nächsten Monat mitnehmen. oder wenn man Schulden hat, auch die über 4% Zinsen mit sich bringen, was ich nicht habe, meine Zinsen sind geringer für die Schulden, die ich habe, da erst mal die Schulden abzutragen. Warum 4%? Wegen der 4%-Regel. Financial Independence. Also, wer Schulden hat, die geringer sind als 4%, also die Zins sind mit weniger als 4%, zum Beispiel ein BAföG oder so, der kann auch schon anfangen zu investieren, weil da es lukrativer ist, das exponentielle Zinswachstum mitzunehmen, beziehungsweise das Compounding, als das Gegenteil zu haben, nämlich Schuldzinsen, die ja dann auch exponentiell wachsen, wenn man sie nicht abzahlt. Deswegen macht es Sinn, wenn man Schulden hat, die höher sind als 4%, höher sind, deren Zinsen höher sind als 4%, das würde ich sagen, die dann erst mal zu begleichen, bevor man investiert, aber es ist halt auch immer eine Frage von Emergency. Was in einem Notfall? Was, wenn ein Monat schlecht läuft? Wo sollte ich mein Geld lieber auf die hohe Kante legen oder sollte ich es auf das Tagesgeldkonto legen oder sollte ich es einfach unter dem Kopfkissen haben? Das fuchst mich einerseits und andererseits macht mir das alles total Spaß. Es ist ja auch wie ein Spiel, in seinem Spreadsheet rumherum zu spielen. Naja, naja, also, ich werde nächsten Monat kein Geld mit rübernehmen aus diesem Monat, obwohl ich das so fest geplant hatte. Das heißt, wartet, vielleicht springt noch ein bisschen mehr Drogerie raus, denn Drogerie werde ich auch nicht mehr viel kaufen, müssen vielleicht noch Klopapier und dann noch einmal Wäsche waschen und dann, aber auch das sollte ich aufteilen auf die Funds, die im Minus sind. Also zumindest so Sachen, die echt höher im Minus sind. Okay. Ja, das war das zu meinem Budget-Review. Vielleicht motiviert es euch ja auch, dass ich das auch nicht perfekt kann, beziehungsweise, ähm, ja, auch, ne, es kommt, irgendwas hat man immer nicht mitbedacht. Das. Ich mache am nächsten Dienstag ein Video zum Thema Budget anfangen, beziehungsweise vor allem Lebensmittelbudget erstellen, weil da viele mit strugglen und ich das am Anfang auch gemacht habe, aber mein Lebensmittelbudget, ähm, funktioniert so, dennoch, ein Budget ist ein komplexes Konstrukt, in den sich manche Sachen einschleichen, die man dann auch bei bester Aufmerksamkeit nicht bedacht hat. Okay. Ähm, zum Thema Dividendenstrategie, beziehungsweise Strategiewechsel, habe ich jetzt vorgestern ein Video gedreht. Wenn dich das interessiert, alles über Dividenden und Einkommen generieren, über, äh, Fonds, beziehungsweise Aktien, schau dir dieses Video einfach nochmal an. Ansonsten sage ich, ciao, bis Samstag zu weiteren Lebensmitteleinkäufen. Eure Silke.